Mich interessiert erstmal, jetzt bist du hier, jetzt steht alles, PASCO die Praxis. Wie fühlt sich das jetzt an? Gut. Also es fühlt sich wirklich gut an. Also ich muss sagen, nicht nur, und da hatten wir schon mal drüber gesprochen, nicht nur, dass mein Name an der Wand steht, der steht nicht an der Wand, weil ich Harvey Specter bin oder glaube, dass ich es bin oder mir irgendwas drauf einbilde, sondern denke, dass man jetzt mich und uns erleben kann. Also du kommst rein und jetzt ist es halt so, wie ich mir das vorstelle, so wie ich mir Zahnmedizin vorstelle, so wie ich mir vorstelle und so vor allem, wo ich behandelt werden will. Jetzt erlebst du uns authentisch, jetzt erlebst du uns so, wie wir sind und zwar on point, weil so wie ich mit dir rede, rede ich mit jedem, auch mit meinen Patienten, auch mit meinen Angestellten und das ist etwas, wovon ich immer geträumt habe, dass du einfach siehst, okay, der Name hängt damit zusammen, wie du halt hier aufgenommen wirst. Und das ist, das ist das, was wir leben und das ist das, was im Moment so toll funktioniert und so gut funktioniert, dass wir einfach, also so happy sind, ja. Das ist deine zweite neue Gründung, vor allem in Düsseldorf. Was war die größte Herausforderung, das Projekt hier umzusetzen? Die größte Herausforderung war es tatsächlich, wirklich nochmal zu packen, wirklich die Energie nochmal aufzubringen und zu sagen, okay, ich mache es nochmal. Ich mache es ganz anders, aber ich mache es nochmal. Und deswegen habe ich lange überlegt, was mache ich? Mache ich es nochmal? Oder mache ich vielleicht was völlig anderes? Und da bin ich tatsächlich, habe ich so die einschlägigen Gründer in der Szene nochmal besucht und dann auch in Berlin und habe mich mit ihnen unterhalten und habe es dann irgendwann mal für mich entschieden, komm, wir machen es nochmal. Aber dann wirklich so und so authentisch und so, wie ich mir das vorstelle. Und zwar von A bis Z und ich möchte eigentlich nur noch wirklich tolle Sachen machen, ich will schöne Sachen machen, ich will Spaß haben und ich will, dass die Leute sich gut fühlen, ich will, dass die Patienten sich gut fühlen. Mega gut. Dein erster Kontakt mit der APO-Bank, wie erinnerst du dich? Jetzt, ähm, ähm, ist gut. Ja, ja, genau. Also mein erster Kontakt mit der APO-Bank, ich habe relativ früh einen Kontakt einfach gehabt bei der APO-Bank, also nach junger Assistenz als in Hamburg, als ich noch in der Chirurgie war dort, habe ich dann über meine Eltern, du musstest halt ein Konto bei der APO-Bank haben, ne, klar. Und dann haben wir uns irgendwann kennengelernt und dann hat das super gut funktioniert, ne, also wir verstehen uns ja nicht nur geschäftlich gut, sondern halt auch freundschaftlich gut und ich glaube, wir reden beide so ein bisschen, wie der Mund uns gewachsen ist und das finde ich total sympathisch, weil das ist so ein Vertrauensverhältnis geworden und da war mir klar, also richtig, richtig erinnere ich mich an unsere ersten Gespräche, als es um die erste Gründung ging, ne, wo wir intensive Gespräche geführt haben, wo wir auseinandergeklamiselt haben, wo endlich mir jemand erklären konnte, wie das wirklich funktioniert, weil ich da bis dahin nicht so richtig durchgeblickt habe und ich enttere mich eigentlich eher an den kontinuierlichen Prozess, dass wir eigentlich immer in Kontakt geblieben sind, ne, ja. Wenn du heute doch mal an den kleinen Christian denkst, der war vor seiner ersten Praxisgründung, was wären deine zwei Tipps? Erstmal grundsätzlich, hab keine Angst, mach es, ja, weil verlass dich auf das, was du kannst und verlass dich auf, was du bist und der zweite sei authentisch, verstell dich nicht, sei so wie du bist, sei zu den Leuten genauso, wie du möchtest, dass sie zu dir sind, ja, das würde ich, das hätte ich vielleicht schon viel früher wissen müssen. Grundens Milestones 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 Mileremiah Mil database Mil커 Mil adelante Vielen Dank.